Dr. Rainer Kraft für die AfD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsident, werte Abgeordnete, verehrte Gäste. Herr Dr. Kraft, ich muss Sie unterbrechen, ich habe auch die Uhr angehalten. Es ist sicherlich ein Versehen, aber wir haben gestern noch einmal im Ältestenrat darauf aufmerksam gemacht, dass es der Respekt vor dem Präsidium, nicht vor der amtierenden Präsidentin oder dem amtierenden Präsidenten gebietet, dass es die korrekte Anrede gibt. Ich bin gehalten, bei Wiederholung oder Nichtteilung sie zur Ordnung zu. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Abgeordnete, geschätzte Gäste.